Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Channel. Wie ihr seht, ich bin heute mal in Vollbild und zwar hat das folgende Grund. Ich habe gedacht, ich muss jetzt schnell ein bisschen ausholen. Ich habe gedacht, mein Channel ist eigentlich sowieso so ein bisschen wie mein persönliches Gaming-Tagebuch, wenn man so will. Mit ein paar Features wie Tutorials, whatever. Und jetzt habe ich gedacht, warum nicht einfach ein allgemeines Tagebuch machen? Und darum habe ich mir überlegt, ich könnte eigentlich ein paar Vlogs reinhauen. Und das ist jetzt eigentlich sozusagen die erste Vlog. Ganz kurze. Und eigentlich nur zum kurz sagen, dass ich jetzt vlogen werde. Und ja, ich wollte jetzt nicht diese Millionen Klicks haben. Ist mir eigentlich scheissegal. Ich habe meine treuen 40, 50 Zuschauer. Und ja, keine Ahnung, das reicht mir eigentlich. Weil hauptsächlich, wie gesagt, ich mache das aus Spass. Als Hobby. Und ähm, darum werden die Vlogs auch auf Schweizerdeutsch sein. Ähm, für alle deutschen Zuschauer. Ihr müsst euch halt ein bisschen mehr anstrengen. Dann versteht ihr mich auch. Und ähm, ja, soviel zu dem. Ähm, und sonst eigentlich, ja. Ich probiere jetzt so in nächster Zeit einfach immer wieder einmal ein Vlog-Video zu machen. Ich will den Channel ein wenig wiederbeleben. Auch in Gaming wird in nächster Zeit etwas kommen. Also, ihr müsst nicht gerade unbedingt den abonnieren. Nur weil ihr jetzt da meine Games wollt sehen. Ähm, es wird sicher weitergehen. Ich will den Channel wieder ein wenig beleben. Einfach so, weil ich es ja auch gerne mache eigentlich. Und ich Lust habe, wieder ein wenig beim Gamen aufzunehmen. Wieder ein wenig eben Vlogs zu machen. Oder sonst irgendetwas. Und ähm, ja. Soviel zu dem Thema. Das wäre eigentlich das erste Video gewesen. Ich hoffe, ja. Euch gefällt das. Euch interessiert das. Wenn nicht, ist es auch nicht so tragisch. Dann klickt es einfach nicht an. Schaut es nicht an. Wenn ihr wollt, ist es euch frei überlassen. Aber wenn es euch gefällt, einfach ein wenig, ja wie soll ich sagen. Aus meinem langweiligen Leben zu hören. Oder äh, mich gehören irgendeinen Scheissschnorren. Oder wenn ihr meine Meinung über irgendetwas wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Und ähm, ja. Wie gesagt. Lass einen Daumen, wenn es euch gefällt. Lass einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefällt. Hehehe. Und ähm. Ja. Wie gesagt. Schreibt etwas in die Kommentare. Wenn euch den Scheiss interessiert. Drückt auf Abonnieren, dass ihr das nächste Video nicht verpasst. Und wie gesagt. Ich probiere den ganzen Shit jetzt wieder ein wenig zu reanimieren. Reanimieren. Und ähm. Ja. Keine Ahnung. Einfach gemütlich. Easy Style. Etwas in die Welt rausflogen. Und so. Weil es ist auch funky für mich. Wenn ich in 5 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Keine Ahnung was bis dann alles passiert. Die Videos wieder schauen. Und äh. Ja. Man kann einfach darüber schlapplachen. Was für ein Teppich damals gewesen wäre. Nein. Spass. Wie gesagt. Es ist für mich einfach ein bisschen ein Tagebuch. Wenn ihr wollt. Liked es. Abonniert es. Und ihr wisst nicht wie es auf YouTube läuft. Und ich würde sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.